Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Teleskope TS Optics Newton Spiegelteleskop. Bitte beachten Sie, Teleskope, die mit einer Exos-1-Montierung ausgestattet sind, werden derzeit mit der grauen Version ohne Dosenlibelle ausgeliefert. Technisch sind die Montierungen nahezu identisch. Allerdings wird zusätzlich zu dem mitgelieferten Okular ein 15 mm Weitfeldokular mit 70 Gesichtsfeld im Wert von 85,00 Euro mitgeliefert. Technische Daten und Ausstattung, optische Bauart, Newton Reflektor Durchmesser Hauptspiegel, 150 mm Brennweite, Öffnungsverhältnis, 750 mm, F5 empfohlene Maximalvergrößerung, 300x Tubuslänge, 690 mm Tubusdurchmesser, 180 mm Nettogewicht optischer Tubus, 5, 5 kg Montierung, mechanische Exos-1 Nettogewicht Basis, 3, 8 kg Nettogewicht Stativ, 4, 6 kg Lieferumfang, 25 mm Weitfeldokular, 70 Integrierter, 31, 7 mm und T2 Adapter Adapter für 50, 8 mm Okulare Rohrschellen mit Prismenschiene Handgriff und Kamerahalter beleuchtetes 8x50 Sucher Fernrohr, Astronomie, PC-Software, Stellarium, Teleskop, Fibel drehbare Sternkarte. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon.eu, durch Werbung und Links zu Amazon Amazon Deutschland. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon Deutschland, klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen.